Handelsakademie Informations- und Kommunikationstechnologie, E-Business Ob Beruf, im Wirtschaftsbereich oder ob weiterführendes Studium, die fünfjährige kaufmännische Ausbildung an der Handelsakademie Bezau ist der optimale Start dafür. Absolventen und Absolventinnen profitieren von einer hohen Allgemeinbildung, dem fundierten Business-Know-how sowie ihrer Spezialausbildung im Bereich der neuen Technologien. Dazu ersetzt der Abschluss die Unternehmensprüfung und die kaufmännischen Lehrausbildungen im Bereich Büro, Groß- und Einzelhandel sowie Industrie. In vielen anderen Berufssparten werden mit der Hackmatura Lehrjahre angerechnet. In der Hack lernst du, wie ein Unternehmen funktioniert und wie man Gewinn erwirtschaftet. Alles über Einkauf und Verkauf sowie die Arbeit mit den Unternehmenspartnern und Kunden. Kreative und technische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Entwicklung von innovativen Produkten eingesetzt werden können. Den Einsatz von neuen Technologien und Medien in den Bereichen Online-Marketing, Markenführung, Management und Kommunikation. Was dir in wirtschaftlichen Berufen im IT-Bereich zusätzlich von Nutzen ist. Die Anwendung von professioneller Software, die Grundlagen der Programmierung für die Entwicklung von innovativen Apps, digitale und mediale Kompetenzen für die Entwicklung und Konzeption von Websites und E-Business-Anwendungen, wie zum Beispiel Online-Shops und Anwendungen im Dienstleistungssektor. Fotografie und Bildbearbeitung Im Ausbildungsschwerpunkt Informations- und Kommunikationstechnologie an der Hack Bezau arbeitest du mit professionellen Geräten, wie zum Beispiel der Spiegelreflexkamera und lernst den Einsatz von grundlegenden Techniken der digitalen Fotografie und der fotografischen Optik kennen. Audio, Videobearbeitung und Filmproduktion In der konkreten Umsetzung von Projekten eignest du dir technische und gestalterische Grundkenntnisse im Audio- und Videobereich sowie im Bereich der interaktiven Medien an. Robotik, Programmierung und Sensorik Damit du für den Arbeitsplatz der Zukunft gerüstet bist, erwirbst du an der Hack Bezau im Bereich Robotik, Programmierung und Sensorik wichtige Prinzipien und Technologien, die diese neue Anforderung unterstützen. Mit der IT-Zertifizierung von Microsoft kannst du deine IT-Kompetenzen durch ein international anerkanntes und standardisiertes Zertifikat dokumentieren und so einen entscheidenden Vorteil beim Einstieg in die Berufswelt erlangen. Gleichzeitig eröffnen dir auch die Sprachzertifikate an der Hack Bezau in Englisch, Französisch und Italienisch Karrierechancen im In- und Ausland. Wir hoffen, es hat auch dir so gut gefallen wie unseren Besucher aus dem All. Bis bald in der Hack Bezau! Bis bald in der Hack Bezau! Bis bald in der Hack Bezau!